jetzt sehen wir zum ersten mal ein zweihandschwert im einsatz und beide auch gleich mit guten im land das ist jetzt auch für den support nicht einfach zwei jungs im ring stehen dem einen sagt man rein dem anderen sagt man raus wer werde ich also der support muss sich ein bisschen zielspalten bei uns passiert jetzt wird er unterbrochen Stehenbleiben? Fein! Schreie, du musst ran! Genau, schreie, du musst ran! Kann doch nicht, Mann! Hallo, gute Mann! Mit der Zweihandwaffe, oder Zweihandwaffe, muss ich gesagt. Ich weiß noch nicht so ganz genau. Auch hier sieht man wieder, die Jungszicker hat ein Team. Ich versuchte es ein bisschen zu hoch. Aber der Schiri geht dazu schnell. Und weiter geht's. Die Nasserer Löwen so soll ich zuschlagen, soll ich nicht zuschlagen. Und die erste Runde ist zu Ende. Applaus für Sven und Robert.